Hi, hier ist dein Wirkstoff ABC mit P wie Permethrin. Bei Permethrin handelt es sich um einen Naturstoff, der die spannungsabhängigen Natriumkanäle der Nervenzellen blockiert. Die Wirkung als Nervengift führt zu einer sensorischen Übererregbarkeit, Koordinationsstörung und Erschöpfung. Die Nutzung erfolgt zur Behandlung von Kretzemilben sowie zur Therapie bei Befall mit Kopf- oder Filzläusen. Zudem wird es auch als Repellent verwendet, um die Kleidung oder Moskitonetze zu imprägnieren. Die Anwendung zum Insekten- und Zeckenschutz erfolgt in Form von Spray oder Creme. Bei der Behandlung von Kretzemilben und Kopf- oder Filzläusen werden Lösungen oder Cremes mit 5% Wirkstoffgehalt eingesetzt. Als Nebenwirkung können Wärme- oder Kältegefühl, Hautbrennen, lokale Hautirritation und Juckreiz auftreten. Zur Behandlung von Läusen werden je nach Haarlänge und Dichte 25 bis 50 Milliliter der Lösung verwendet. Nach einer Einwirkzeit von 30 bis 45 Minuten werden die Haare gründlich ausgespült. Hier ist im Normalfall eine einmalige Behandlung ausreichend. Wenn die Anwendung gegen Kretzemilben erfolgt, wird die Creme abends auf dem gesamten Körper verteilt, wobei die Augen, die Schleimhäute und offene Wunden ausgespart werden müssen. Am nächsten Morgen wird alles gründlich abgewaschen. Eine weitere Anwendung erfolgt im Abstand von zwei Wochen. Anwendungs � Anwendungsform Untertitelung des ZDF, 2020